Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, für Donnerstag, den 25.03.2021 und ja, das faule Viech bewegt sich nicht mehr. Also, viel ist nicht passiert halt. Einfach hier ein bisschen rumgegammelt, oben und unten nicht so richtig was geliefert. Meine Erwartungshaltung war klar eine andere, haben wir auch so gesagt, dass ich den eher noch mal oben sehe, über 635, sich hocharbeiten, an die 700 ran, an die 750, das hat er nicht getan, ist komplett drunter geblieben, unter dem Bereich 635, 600, hat auch sich dabei echt brutal schwer getan, da drüber zu kommen, also da hat man schon deutlich gesehen, dass da irgendwie ein Problem mit hat, über die 600 zu kommen, aber halt unten raus, das wird langsam auch immer verzweifelt, da weiß nicht, die Nummer mit dem Xetra-Schuss nach unten, die haben wir jetzt schon ein paar Tage gesehen, auch direkt wieder ausgekontert. Diesmal hat er nicht mal ein neues Tief geschafft, zum Abend hin zwar, ja, der Nassack hat halt richtig weggerissen, auch in Amerika, da hat es einige Titels ein bisschen zerlegt, aber hat ihn auch nicht so dolle gekümmert, so von der Strecke, die er zurückgelegt hat dabei halt, wenn man guckt, wo der reingekommen ist hier, ist das eine Tagesminus von irgendwo was um die 40 Punkte, oh yeah, und das auf doch ein paar Handelsstunden, wenn wir die Tiefste angucken, sehen wir hier die Spitzen, dass die echt so abrunden halt, ne, also wenn der so aus dem Stand 560 jetzt zum Donnerstag nach oben zieht, na, dann wird das ein Rounding-Button, ja, also ein runter Boden letztendlich halt, ne, weil das ist, das ist, das wäre dann ein Bodenbildungsprozess, aber da sind wir wieder bei dem Knackpunkt, den wir gestern auch schon hatten, der muss halt über die 600, 635 drüber halten, ne, also woher brauchen wir sich dann noch nicht zu viel Hoffnung machen und auch nicht zu verausgaben auf der Long-Seite, weil das ist, da fehlen halt noch die Signale, das ist momentan wie wenn du short drin bist, äh, es geht zwar nicht dolle gegen dich, aber so richtig für dich geht's halt auch nicht, ne, das ist immer so eher hin und her und hin und her hier in der Kiste, und, ähm, jetzt waren wir wieder ein bisschen tiefer gewesen, gestern waren wir ein bisschen höher geschlagen, aber auch dolle zurück, also, ja, kann da noch nichts abfinden, das ist immer, wird immer ähnlicher auch in der Flacke, wir haben ja vor ein paar Tagen mal gesagt, da müssen sie sich bemühen, das war hier an dem Tag, schnell unten rauszukommen, halt, ne, um, um hier klar Schiff zu machen, dass es eben nicht bloß ein Rücklauf von oben auf die Zone ist, auf die Zone von dem letzten Kochmuster, sondern, wo, wo er dann einfach den hier macht, flupp, und dann oben weiter halt, ne, dass er da eben durchhauen muss und auch hier drunter muss, ne, dass er richtig mal eine Ansage bringen muss, um, um zu zeigen, hey, ich will doch runter, weiter, weil das sonst einfach zu viel Bestätigung für die Bullen ist, für die Käufer ist, sich hier einfach zurückzuhalten, noch nicht die Positionen aufzulösen, noch cool zu bleiben, vielleicht sogar noch mal nachzukaufen, wenn er wieder ein bisschen unten tiefer steht, und wenn man jetzt sieht, dass die Käufer jetzt langsam sogar anfangen, ähm, höher zuzugreifen, also den gar nicht mehr so tief zurückzulassen, ne, mich wird das sehr interessieren, wie der Donnerstag im Xetra-Open ist, wenn der nämlich nach oben geht zum Xetra-Open, ich glaube, dann dreht sich das, was wir jetzt die letzten Tage gesehen haben, dann arbeitet er wieder ein bisschen mehr nach oben raus, aber es ist natürlich auch eine schöne Vorlage, jetzt noch mal nach unten raus, jetzt, wo überall auch an anderer Stelle der Markt ein bisschen wackelt, ha, Donnerstage mag ich nicht so als Ausbruchstage, die sind dafür eher ungeeignet, ne, Ausbrüche, die kommen eher gerne mal Dienstag, Mittwoch, Montag, aber Donnerstag, die haut es halt immer so oft hin und her, ne, da hat man viel zu oft auch Fehlausbrüche drin, und so weiter und so fort, aber vielleicht wäre das so ein schöner Deckmantel, also eine Stundenkerze unter, ich sag mal, eine Stundenkerze unter 5,30, unter 5,20, die könnte hier mal einen schönen Impuls geben, die könnte hier mal schön durchziehen, dass man vielleicht wenigstens mal, ja, 500 wäre dann zu kurz gegriffen, aber vielleicht mal eine 4,45 angelaufen kriegt, ne, dass man den Bereich mal gesehen hat, und wenn er den nicht halten kann, halt, ne, hier auch am letzten Tief, wo war das, 400 rum, ähm, da drunter, dann geht es dann halt auch schon bis 2,80 durch halt, ne, und das wird dann interessant hier, 2,80, 2,50, das wird eine schöne Zone, aber dafür muss er richtig fallen, was wir bis jetzt sehen, ist einfach ein Aufsetzen auf die letzten Hochs, und die werden immer wieder hochgekauft halt, ne, und auch wenn das schwach wirkt, ähm, ist das ähnlich zu werden, wie das, was wir hier die letzten Tage hier unten immer wieder hatten, ich hatte gestern auch gesagt, ne, wenn der jetzt wieder so rummehrt, und, und, und vielleicht oben über der 6,35 mal ein bisschen mehr zeigt, dass ich dann auch wieder hier auf Trading View, die, 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 die Pfeile, die ich da jeden Tag angeben muss, grün, orange oder rot, dass ich den dann auch wieder auf grün drehen muss, den lasse ich jetzt erstmal noch auf orange, aber ich kann halt auch nicht auf rot stellen, weil es ist keine eklatante Schwäche, die wir sehen, das ist geschiebend, das ist seitwärts, das ist abwarten, abwarten auf Impulse, und von daher, ähm, hier ein bisschen vorsichtig sein, auch natürlich auf der Oberseite, also gerade wenn wir 600, 6,35 wieder überwunden kriegen, dann besteht ja jetzt endlich bloß ein Rücklauf im Aufwärtstrend auf den letzten Sohn, und dann können sie sich natürlich auch oben raus ein bisschen mal was gönnen halt, ne, dann können wir mal ein bisschen Bewegung machen, aber dafür ist, steht und fällt mit 600, 6,35, dann musst du drüber, jetzt alles redet nichts, na, so, und, ähm, jetzt hier 5,20, 5,30 drunter oder nicht, ähm, Stundenkloß, das wäre mal hilfreich, ähm, aber, hm, wie gesagt, Donnerstag bin ich ein bisschen vorsichtig, würde ich mir dann mal angucken, also, wenn er dann hier runter sticht, ne, und er macht hier einen schönen Lauf, und dann kommt da eine fette grüne Kerze hinterher, äh, theoretisch muss man dann erstmal schon wieder aus dem Short raus, ne, bei aller Liebe geht das dann wahrscheinlich erstmal auch wieder zurück, und das kann dann auch direkt aus, ne, man lässt den hier so zwei rote Stundenkerzen hier runterstellen, und er macht eine fette grüne dahinter, da steht der Schnurstracks wieder an der 6,30, das glaubt man nicht, das ist gerade zum Donnerstag sowas oft gesehen, ähm, und durchaus möglich, und wenn er, wenn zu viele ihm dann Short reinwuchten, dann stellen wir das gleich hoch über die 700, aber, ja, so punktuell muss ich sagen, ist es, ist er mir noch zu stabil, zu ruhig, äh, um hier eben einen Pfeil auf Rot zu stellen, fehlt ein bisschen Trenddynamik einfach auf der Unterseite, die haben wir nicht, von daher brauche ich hier nicht länger mit dem heißen Brei rumquatschen, ich denke, ja, ihr habt es ähnlich gesehen, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass der eine oder andere vielleicht sagt, na, der Tag war doch aber übelst schwach, ne, aber wenn man rein auf der Skala guckt, so auch von der Bewegungsschwankung der letzten Tags war, einfach nur Geschiebe, also, der ist reingekommen, runtergestochen, und dann den ganzen Tag in dieser Kerze hin- und hergeschoben, ne, also die erste Kerze hier, die hat eigentlich den ganzen Tag bestimmt, mehr ist nicht passiert, und das jetzt als aktiven Abwärtstrend großartig nach unten zu werden, da bin ich, das wäre für mich, für mich einfach zu früh, halt, ne, weil aus der Situation, die Diskussion hatte ich heute auch erst mit einem Kollegen, äh, aus der Situation heraus, ähm, für mich ja noch stabil wirkt, halt, ne, und aus der Situation auch eine grüne Katze jetzt dahinter nicht verwunderlich wäre, und zack, steht er wieder hier oben, halt, ne, weil er ist noch stabil, bisschen am Rangend drin, und deswegen kann ich ihn hier noch nicht auf Rot setzen, das wäre einfach zu früh, dafür sieht man nicht, hier, das, das ist ein eher schöner Bereich, wo man sagen kann, na, jetzt auf Rot, äh, jetzt ist er hier drunter, dann fällt er bestimmt auch weiter, und, äh, wenn er Bock hat und hier nicht hält, dann fällt er auch bis hier, und so weiter, dann geht's wieder auf Rot, aber hier, das ist noch, da würde ich mir wünschen, dass ein bisschen mehr, dass ein bisschen mehr Signal einfach bringt, so, Tagesschart sieht jetzt ein bisschen noch aus wie, äh, es kommt vielleicht nochmal doch noch eine 4,45, vielleicht kommt auch nochmal ein mittleres Band, wo liegt das, 3,50 rum, wo ist es denn, und zeigt es mir das jetzt nicht an, zeigt es mir nicht an, ja, dann solltest es sein, ja, um die 3,50, 3,60 rum, liegt dann hier auf der Ebene noch das mittlere Tagesspan, das sollte man dann vielleicht auch noch ein bisschen im Blick behalten, gucken wir uns dann aber an, wenn wir hier mal an der 4,45 gewesen sind, aber, mh, das Abtreten, wir waren an unserem Ziel, 7,57, wir sind weggedreht, wir haben ein bisschen nach unten gedrückt, 4,45, ich muss aber sagen, dass meine Erwartungshaltung insbesondere nach dem schönen Anstieg oben eine andere war, dass er da stärkere Kerzen nach unten stellt, druckvollere Kerzen auch nach unten stellt, ähm, sich einfach schöner, schöner bewegt halt, ne, das ist mir zu stabil, das wirkt für mich wie als, da wird es nicht schonen, wenn dahinter wieder eine grüne Kerze, guck mal, hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Kerzen gebraucht, um die eine grüne auszukontern, hm, hm, das ist, es scheinen hier echt noch so viele Shorts offen zu haben halt, ne, ganz, scheint, scheint, scheint fast so halt, ne, dass man da noch ein bisschen was bereinigen muss, und das würde schon fast wieder eher dafür sprechen lassen, wenn wir nach oben nochmal sehen, okay, gut, damit haben wir das jetzt alles 10 mal durchgekaut, ich habe mich bestimmt 20 mal wiederholt, aber, dann sollte die Lage zumindestens klar sein, dass jeder auch verstanden haben, wieso, weshalb, ich denke, wie ich denke, es ist nicht so, dass ich persönlich, ähm, das haben möchte, na, also hoch oder fällt, ist mir scheißegal, hab hier gerade nichts drin, wir waren in der 14.800, waren im Short rein, den haben wir aber jetzt schon aufgelöst, das war auch okay so, wir wollten sogar 600 schon wieder lang rein, den haben wir uns aber geklemmt, ähm, bin ich auch jetzt nicht dolle traurig, das hätte mir nicht viel Spaß gemacht, das Ding auszusitzen, und von daher, ja, ist jetzt eigentlich egal, ich würde mir gerne wünschen, dass wir hier ein bisschen Stoßkraft reinkriegen, ähm, dann kann man hier auch mal wieder ein bisschen schönere Sachen rausholen, hier so in dem Seitwärts, das ist so, ja, guckst zwei Stunden nicht hin, er steht am gleichen Kurs, guckst drei Stunden später wieder rauf, steht am gleichen Kurs, guckst zwei Stunden später drauf, steht er wieder laut, das ist halt ein bisschen, hm, das gefällt mir nicht, aber so an sich bin ich vollkommen offen, kann von mir oben oder unten, aber wenn ich so rein neutral für euch versuchen müsste, als, ähm, ergänzende Stimme im Kopf zu fungieren, dann müsste ich sagen, wenn er wirklich runter will, dann muss er mehr bringen, weil das, was er macht, läuft sonst, wenn er ihm nichts nach unten liefert, kurz oder lang, auf, wieder nach oben hinaus, aber es ist einfach dann nur mal ein Korrekturmuster im aktiven Aufwärtstrend noch, so, damit, Schlusswort, wünsche euch was, ähm, warte, wieso bin ich denn auf Freitag, das ist ja erst Donnerstag, nein, dann hören wir uns morgen nochmal, alles klar, bis dahin, tschüss, bis morgen, 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 Vielen Dank.